wunderschönen guten morgen so das nehmen wir gleich mal wieder alles mit und dann gehen wir direkt hier durch gießen es ist eh alles noch nicht und ich bin gespannt ob man das heute fertig bekommen ob die flammen herzen soweit fertig sind für können wir auch wieder ernten so die äpfel kriege ich so gar nicht runter das ist frech okay das heißt die kartoffeln können unten gleich reinschmeißen der kartoffeln hier und hier kann man auch noch welche machen das passt sehr gut sie sind noch nicht wartet ihr nehmen uns mit es ist dann unsere gießkanne gleich leer toll ich wollte es gerade noch sagen ach schön so wenn wir gleich hier sind lassen wir die tiere gleich noch raus einmal hier das ist alles zum ernten gut dann macht man so und hoffen dass man irgendwie das mit dem zauberstab jetzt hinkriegen jawohl sehr schön damit genommen dann können wir hier nämlich noch drei stück und hier drei stück machen die die kartoffeln kann man anpflanzen sehr schön dann müssen wir hier noch gießen die kurken so der rüben kommen hier dran so okay wie lange dauert dann das jetzt noch okay das dauert noch ein bisschen gehen wir schnell zu den tieren rein holen das und dann wenn wir zum feenacker rüber gehen macht man das dann noch mit das passt dann schon so eierbaum wolle mitgenommen dankeschön perfekt und 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 wir gehen rein müssen wir dann gleich mal schauen ob wir wieder was zum verkaufen haben dass man unser ganzes oh wurde direkt in den lager schuppen geschickt ja dann bitte ob wir geld machen können dass wir unsere ganzen werkzeuge fertig aufwerten können weil wenn wir es dann einmal auf gold haben sind wir fertig glaube ich mit aufwerten müssen wir schauen müssen wir schauen so warte das haben wir jetzt gleich alles auch noch rein vorher machen wir eins zwei drei so das kann alles rüber dann haben wir hier einmal einmal zweimal gut dann dann essen kochen warte wir schicken alles rüber die können wir sowieso ne die heben wir trotzdem auf 13 zwei das passt das passt das passt das hier kann man welche verkaufen und bei den verfeinerten waren kann man hier welche und hier welche weggeben passt dann haben wir gleich wieder was zum verkaufen so okay die nehmen wir noch mit das belassen wir so das kommt hier wieder rein sehr gut dann gehen wir jetzt den einen schnell noch anpflanzen hier hier der oder dieschen okay wir haben drüben noch keinen Stand also müssen wir den Rest jetzt hier unten verkaufen aber das passt eh so pup pup ne das nicht ne 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 hallo 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 das nimmst du raus das und die ansonsten war es das okay okay so das kommt hier okay okay komm raus da dann nehmen wir dich so mit passt schon und dann gehen wir zum Feenacker der hoffnung dass wir das dann schon fertig haben warte wir machen hier mal alles gießen die sind die sind noch nicht die Kartoffeln wären mal soweit die Rüben wären soweit mal die sind leider noch nicht die sind auch noch nicht die und die müssen wir so gießen so warte die gerne füllen sonst machen wir wieder quitt 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 schade ich krieg's noch immer nicht fertig was haben wir hier aha okay okay das geht jetzt nicht oder doch sehr schön dann können wir die Samen gleich wieder hier drin herstellen eins zwei drei und eins zwei drei passt dann dürft ihr raus und wir gehen rein so und dadurch dass wir hier jetzt nicht so viel Fläche haben würde ich sagen wir werden hier mal ein bisschen zusammenräumen oder was wir wirklich sagen ähm wir können uns hier auch mal ein bisschen schick aufräumen und alles ein bisschen schöner herrichten ich glaube das wäre nicht schlecht so leider haben wir hier halt noch nicht wirklich was gemacht so so wohn der robo es geht ja da hin da und dann haben wir hier noch wie weit seid ihr? ihr seid schon beide fertig Ja, gut. Dann angepflanzt hier. So, wunderhübsch. Abholzen haben wir erst Level 13. Was? Ich glaube, auch beim Fischen haben wir noch nicht so viel, oder? Warte mal. Da, Fortschritt. Abholzen. Angelnstufe 9. Ja, wir müssen viel mehr angeln. Äh, ja, okay. Wir wissen Bescheid, was wir zu tun haben. Nee, Spaß. So, warte mal. Haben wir hier denn einen schönen... Oh, Spornholz. Das würde hier halt schon schön aussehen. Aber da wäre ich eher bei dem. Und zwar von hier weg. Hier würde ich einen Weg freilassen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die blauen Bäume. Waren das jetzt die Frostdinger? Nee, oder? Wie heißt das? Spornholz. Nee, das sind nicht die. Nee, nee, nee. Spornholz. Okay. Spornholz. Und zwar Spornholz kriege ich hier nicht. Spornholz, glaube ich, kauft man auch nicht. Hier. Frost, uralt. Sporen, genau, das sind die. Ja, fünf Stück. Die setzen wir jetzt dann zu Hause noch an. Passt schon. Oh, die hätte ich sogar jetzt gehabt. Spornholz. Naja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sieben. So, okay. Gut, die anderen muss ich erst machen. Das muss ich aber... Nee, zu Hause. Ähm. Der ist weg. Okay. Verdammt. Alter, das muss ich da oben. Ah. Das muss ich hier drin machen. Spornholz. Neun Stück kriegen wir zusammen. Okay, das ist jetzt nicht viel. Aber besser wie gar nichts ist auch. So, was haben wir hier noch drin? Die verarbeitet. Die verarbeitet. Na gut, ja, aber die können wir hier ruhig verarbeiten jetzt. Wir haben jetzt drüben so viel. Gut, da brauchen wir keine. Und hier können wir... Und hier können wir... Jawohl. So. Passt dann schon. So, was fehlt mir für den Sommer? Asche. Dann müssen wir rüber. Ich würde mich gerne... die Sachen schon ansetzen für den Sommer. Da kriege ich halt keine Asche nicht raus. Björnstein. Schneeflocke, kriegen wir bei denen raus? Das sind ja... Der ist weg. Ja. Hier ist noch Zug. Asche. Das sind normalerweise... Der ist halt nix. Auch unten ist nix. Ah, die Libellen, ne? Die... 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 Roten Libellen. Hi, Biene. Und da bin ich hier... herrscht halt... Cle... 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 Clearende Kälte. So. Ah, da kriege ich nix. Ne. Hm... Okay. So. Alles... Hier rein. Das kann rein. Der Bärenstein. Verfeinerte Waren. Da haben wir gar nichts noch. Okay. Das fällt unter normalen Essen. Nee. Ah, hier. Da haben wir auch noch keine. Was? Das gibt's nicht. Okay. So, die kommen hier noch rein. So. Okay. Dann belassen wir das erstmal bei dem. Und ja. Vielleicht ist am Morgen das Blammenherz endlich fertig. Ich hoffe doch. Gut, dann sage ich Dankeschön. Gute Nacht und bis morgen. Dann aber noch kommen. Ich bin über sah. Und şey 는. vet' tip